Diesen Zettel haben in den letzten Wochen zehntausende Reiserückkehrer an den bayerischen Corona-Teststationen ausgefüllt. Handschriftlich. Namen, Geburtsdatum, Anschrift und Handynummer. Dann wurden sie getestet. Viele von ihnen aber haben immer noch kein Ergebnis bekommen. Deswegen hat Bayerns Gesundheitsministerin heute Nachmittag diese Zettel dabei. Schwarz auf weiß stehen dort die Zahlen, die zeigen, dass es große Probleme beim bisherigen Vorgehen gab. Dass eben bei ca. über 44.000 die Befundübermittlung noch nicht stattgefunden hat, weil es eben auch händisch notwendig war, die einzugeben. Daher ist es zu einem sehr großen zeitlichen Verzug gekommen. Das ist etwas, was mich massiv ärgert. Der Zeitverzug ist groß. Insgesamt wurden an den bayerischen Autobahnen und Bahnhöfen bislang 60.000 Menschen getestet. Mehr als 2 Drittel warten bis heute auf ihr Ergebnis. Dabei sind 900 von ihnen positiv getestet, aber wissen noch gar nicht, dass sie mit dem Coronavirus infiziert sind, weil die Labore damit überfordert sind, sie zu kontaktieren. Die Befunde, die Laboruntersuchung war nicht das Problem. Die konnte sofort unmittelbar geschehen. Das Problem war die Eingabe der Daten der Person. Bei dieser Übermittlungsproblematik gäbe es nichts schönzureden, gesteht die bayerische Gesundheitsministerin ein. Das dürfte auch Bayerns Ministerpräsident Söder so sehen. Noch am Montag hatte er die bayerische Testpraxis gelobt, schnelle Ergebnisse versprochen. Auf Twitter reagierte er heute verärgert. Seinen geplanten Besuch an der Nordsee hat er abgesagt. Bayern gehe vor. Das Testfiasko, ein Politikum. Heute soll es in den Laboren eine Nachtschicht geben, um die Zettelwirtschaft doch noch einigermaßen in den Griff zu kriegen. Ziel sei es, die 900 positiv Getesteten bis morgen Mittag zu informieren. Über diesen Vorfall habe ich kurz vor der Sendung mit der bayerischen Gesundheitsministerin gesprochen, der CSU-Politikerin Melanie Hummel. Guten Abend, Frau Hummel. Guten Abend. Da laufen womöglich seit Tagen Hunderte Infizierte im Land herum und wissen gar nicht, dass sie infiziert sind. Wie kann das sein? Es ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir gerade jetzt die positiv Getesteten als allererstes rausfiltern, um hier die Informationen weiterzugeben, um dann eben, dass diejenigen sich auch entsprechend verhalten können. Wer aus dem Risikogebiet kommt, ist ja, bevor er kein Ergebnis hat, Quarantänepflichtig. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Information. Ja, aber es sind eine Menge Freiwillige bei diesen Tests auch dabei gewesen. Und die Frage war, wie kann das sein, dass es zu dieser, wie Sie es nennen, Panne gekommen ist? Es ist so, dass wir die Teststationen am Flughafen, an den Autobahnen, Raststätten und in den Hauptbahnhöfen entsprechend eröffnet haben, dass wir das in einem Dienstleister übergeben haben. Aber bis diese Spanne, wo der Dienstleister beginnen konnte, wurde es mit Ehrenamtlichen dankenswerterweise aufgezogen. Ich bin da auch sehr dankbar, was hier geleistet wurde. Aber es ist eben mit dem Dienstleister verabredet gewesen, es digital entsprechend einzuscannen und die Übermittlung zu übernehmen. Aber in dieser Zwischenzeit war es eben so gewesen, dass es die Zettel entsprechend händisch ausgefüllt wurden. Und diese Zettel haben dann natürlich eine Zeit gebraucht, bis sie eingearbeitet worden sind. Und wir haben eben heute früh erfahren, dass es einen großen Rückstau gibt. Und deswegen war es auch notwendig gewesen, jetzt sofort zu handeln und hier engagiert das anzugehen, weil eben viele Menschen noch in Unsicherheit sind. Was ich sehr bedauere, was mich auch massiv wirklich ärgert, dass das überhaupt aufgetreten ist. Und ich kann nur sagen, wir bedauern das sehr. Wir sind jetzt mit Hochdruck dran, hier Abhilfe zu schaffen. Es wird die ganze Nacht jetzt durchgearbeitet, damit diejenigen, die positiv sind, bis morgen dann auch entsprechend ein Ergebnis haben. Aber Sie wissen doch selbst, wie wichtig Eile in diesem Fall ist, zwischen Test und Gewissheit haben über den Ausgang des Tests. Nochmal, wie konnte es sein, dass selbst wenn das jetzt erst rausgekommen ist, warum ist das nicht früher rausgekommen, dass da so eine Lücke stand zwischen Testergebnis und bis die Leute informiert wurden? Es ist korrekt, das ist natürlich immer so ein ganz neuer Prozess, den wir hier aufgelegt haben. Auch einige Zeit dauert, bis er sich natürlich auch einspielt. Und von daher haben wir immer wieder zwar auch mal gehört, dass der eine oder andere noch kein Ergebnis hat. Ich habe andererseits im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis auch Rückmeldungen bekommen, Sonntag getestet, Mittwoch Ergebnis da gewesen. Also von daher war das in dieser Dimension eben nicht vorher mir bekannt gewesen. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir es erfahren haben, sind wir sofort in die Aktion gegangen, um hier das zu bereinigen. Das war doch genau die Kritik schon im Vorfeld. Und das kennen wir an der Stelle, glaube ich, das ganz Wichtigste. Frau Hummel, das war doch schon die Kritik, dass Skeptiker gesagt haben, diese Massentests, das wird doch so nicht funktionieren. Haben Sie sich da überschätzt? Die Testungen, die Abstrichnahme, das Labor, das die Testungen wirklich auch vornehmen konnte, das sind ja Dinge, die soweit geklappt haben. Und es gab dieses Übermittlungsproblem. Also sprich, das ist das, was wir ja auch mit den Dienstleistern jetzt digital aufgesetzt haben. Weil es uns eben auch wichtig ist, dass die Menschen frühzeitig ihre Ergebnisse bekommen. Deswegen haben wir bei dem Prozess, wo wir es ausgeschrieben haben, auch viel Wert draufgelegt, dass es eben hier digitale Möglichkeiten per App und so weiter gibt. Das war nur in dieser Übergangszeit eben noch nicht möglich gewesen. Und deswegen kam es da in dieser Übergangszeit zu diesen Verzögerungen, die wir jetzt heute aufarbeiten, mit wirklich Nachdruck. Eine Verzögerung mit einer Menge Kollateralschäden, wenn man so will. Wer trägt denn jetzt die Verantwortung für das? Sie oder Herr Ministerpräsident Söder? Es ist wichtig, dass wir jetzt die Problematik erkannt haben und uns entsprechend drum kümmern. Und dass wir hier eben diese Verantwortung annehmen und uns von Bayern her hier engagiert zeigen und möglichst zügig. Deswegen sind im Moment hier über 300 Mitarbeiter allein beim Landesamt hier wirklich jetzt die Nacht über da. Wir haben Unterstützung aus anderen Behörden bekommen, sodass wir das Ziel haben, bis morgen Mittags dann auch die positiv Getesteten zu informieren. Sagt die Gesundheitsministerin in Bayern. Vielen Dank, Frau Hummel, für das Gespräch. Dankeschön. 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 Dankeschön.